Das ist der erste Clip der Woche und morgen ist schon der nächste Clip der Woche dran, also sendet nochmal ein paar Sachen einfach, wir haben es jetzt echt nicht viel eingesendet bekommen, haut da nochmal was in die Formulare rein, sendet einfach irgendwas ein, kann irgendwas sein, dann kommt ihr wahrscheinlich ins Top 5 rein und ihr wisst ja, in drei Wochen wird der Clip des Monats gewählt und ich wünsche euch da auf jeden Fall viel Glück, falls ihr teilnehmt und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like und ein Bewerbchen, dann würde uns sehr freuen und guckt auf jeden Fall morgen beim neuen Top 5 rein und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder, ciao!